Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu den Update News vom 9.8. zum großen Western Mustang Update, denn die Mustangs Generation 3 sind finally im Spiel. Doch das ist noch nicht alles, denn wir haben noch einige Neuerungen an anderen Dingen, wie zum Beispiel es gibt neue Gegenstände. Wir haben nicht nur jede Menge Trends, nämlich 8 an der Zahl. Nein, wir haben auch noch eine ganze Menge Sets, nämlich 1, 2, 3, 4 und weiter geht's, 5, 6, 7, 8 neue Sets im Petto, nämlich jeweils immer manche mit sehr guten Werten, manche mit eher Anfängerwerten, die ihr euch dann hier kaufen könnt, sogar für recht erschwingliche Werte. Wo wir aber übrigens bei erschwinglichen Werten sind, es gibt auch das Anfängerset jetzt hier im Global Store zu kaufen, nämlich für einen Schilling. Könnt ihr euch, wenn ihr mögt, das Starter Set in Star Stable nämlich jetzt auch noch zusätzlich holen, damit ihr im Spiel nicht mehr mit der normalen Anfängerausrüstung, sondern eben mit diesem Set unterwegs seid. Hat leider überhaupt keine Werte, aber ist für den Anfang eigentlich ein ganz ansehnliches Set. Doch natürlich ist das Update, auf das ihr alle gewartet habt, nämlich der Mustang auch ins Spiel gekommen. Generation 3 des Mustangs ist verfügbar und es gibt ihn hier vorne auf der Starshine Ranch in 8 neuen Farben. Ihr habt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 als unterschiedliche Varianten. Wie ihr schon seht, hat er ein paar sehr coole Idol-Animationen und leider könnt ihr nicht alle seiner Movements hier in der Vorschau sehen, denn leider wird man seine besondere Sache eben hier nicht sehen. Die gibt es eben erst auf Level 7, aber er hat eine richtig coole, zerzauste, strubbelige Mede, die mega nice ausschaut und die auch ich hier auf meinem Mustang genommen habe. Leider muss ich sagen, ist beim Buckeln beim Mustang ist eher ein Aufbäumen als wirklich ein Buckeln, da man nämlich nur einen Sprung macht, was ich ein bisschen schade finde. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir doch nochmal so einen zweiten Sprung dahinter machen, dann das hätte ich definitiv ein wenig schöner gefunden. Alles in allem kann man aber sagen, dass es sehr, sehr schöne Pferde geworden sind und diese auch wirklich bisher sehr gut ankommen. Das Feedback ist wirklich amazing bisher. Das aber ist auch das Update für diese Woche. Mehr gibt es nicht zu sagen, außer, dass es in der nächsten Woche dann ein neues Springreiten in Dandol bei dem guten Luis gibt und endlich eine neue Variante, sich in Fort Maria zu bewegen. Wir können gespannt sein, was es dann dort gibt, damit wir schneller uns in Fort Maria dann durch die ganzen Gänge bewegen. Ich sage danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und viel Spaß mit den coolen neuen Westernpferden, den neuen Mustangs. Bis dann, ciao, ciao.